Hey Leute, das ist ganz Höram. Willkommen bei WTN Germany. Polizeiruf 110, Schauspielerin Claudia Michelsen hat einen Unfall erlitten, bei dem sie sich eine Verletzung der Halswirbelsäule zuzog. Über die Umstände des Unfalls und die Schwere der Verletzung ist bislang wenig bekannt, doch hatte sie offenbar Glück im Unglück. Claudia Michelsen, bekannt aus der ARD-Krimi-Reihe Polizeiruf 110 und den ZDF Kudamm-Mehrteilern, hatte einen Unfall. Das bestätigte eine Sprecherin der Schauspielerin der Bild-Zeitung. Laut dem Statement hat sich Michelsen am Halswirbel verletzt. Glück im Unglück, es geht ihr so weit gut. Wir gehen fest davon aus, dass sie im März wieder arbeiten kann, so die Presseagentin. Wie ist zu dem UN? Willkommen bei WTN Germany. Wenn Sie mehr Informationen über die Europäische und die Germanien News haben wollen, dann schreibt uns auf den Kanal und 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 schreibt uns auf die Freunde und Familie. Vielen Dank für die Zuschauer. Vielen Dank.